So meine Freunde, herzlich willkommen zu einem FIFA Battle mit Bestrafung. Der liebe Nils und ich... Welche Mannschaft nehmen wir überhaupt? Nichts, das ist Cheetah-mäßiges. Ich kann eigentlich eh nur mit Dortmund, das weißt du. Nationalmannschaften? Ja, soll ich Bayern nehmen? Nationalmannschaften? Frauen? Echt jetzt? Nein, keine Frauen. Ja, dann lass einfach so international. Ich nehm Deutschland. International? Wir machen Battle. Weil, ich hab hier jede Menge ekliger Sachen, oder Sachen halt aufgeschrieben. Für jedes Tor, was wir kassieren, beziehungsweise für jeden Scorer, weil wir Überraschungsball spielen, muss man einen Zettel ziehen, wir mixen das alles und dann muss man das saufen. Ganz einfach erklärt, oder? Wir müssen die Ausstellung umstellen. Ja. Ganz einfach erklärt, eigentlich, oder? Warte kurz hier rein, Lure. Profi, nicht übertreiben. Dann kommen wir mal 7. So, dann kann sich keiner von uns konzentrieren, aber... Alter, bei mir schwiegt Knarrprim Sturm. Hm. Wo ist denn Reus, bitte? Ich hab keinen Reus, ja moin. Team... Wo ist Reus? Ich hab wieder aktualisiert, und jetzt ist irgendeiner wieder verletzt. Das ist natürlich, äh... Lass mich raten, du hast alle? Ja moin. Penner, Alter. Nein. Ja, kann man machen, aber... Ohne Reus. Ach, da ist Reus, Bruder. Bruder, dich nehm hier auf jeden Fall mit. Aber ohne Taktikeinstellung, oder so, oder so, jetzt, ja? Ja. Also, Aufstellung kannst du noch nie aufs Ender, das ist mir scheißegal. Okay. Okay, ich bin ganz ehrlich, ich versuch, wenig Tore zu kassieren. Ey, ohne Eintel, Lure. Hast du alles ausgiebig? Alles ausgiebig. Ähm, ich versuch, wenig Tore zu kassieren, weil ich hoffe, halt, wenig Zutaten zu kriegen, dass es dann wenig eklig wird, oder? Lass auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Trainer musst du gleich noch ausmachen. Mhm. Äh, die Bestrafung gibt's dann als extra Video, weil wir dann das mit einem Handy filmen, damit ihr jetzt hier nicht nach einer halben Stunde rumsitzen müssen und wartet und so. Und kurz Trainer ausmachen. So. Und so zuerst? Ja. Machst du echt? Mit Time fertig oder so? Ja. Ob ich auch noch drücken darf, du frechstellst. Ja. Hey, komm, ich brauch sowas nicht für dich. Ah, fuck, du zackst aufs Ne Kamera. Ich zack auf ne ganz anderen Kameraeinstellung, ja. Oh, was spielst du denn? Übertragung, Tälern, hast du von oben, wie sich. Ja, mal, was geht, fang jetzt schon an. Was hab ich denn? Schieß, ich muss nicht den Bildschirm schon neu starten, ja mal. Siehste das jetzt, jetzt wird das so langsam blau. Ach, oh nein. Entschuldigung, ich wusste nicht. Ich dachte, das, siehste das, wie jetzt alles was schwarz ist, blau ist. Und das wird nachher, das wird nachher so krass, dass alles was grün ist, ist einfach komplett blau. Weiß ich nicht wieso. Ich dachte mal, es hat was mit Hitze zu tun, wenn es zu warm wird oder so. Du darfst mich jetzt nicht komplett deklassieren, oder? Das fände ich schon... Alter, dein eigener hat den geblockt, glaube ich. Na ja, das war doch Pogba, Alter, der den geblockt hat. Speedboost. Hast du gesehen, wann ich gedrückt? Abseits. Nein. Abseits. Nein. Doch. Nein. Es ist kein Abseits. War kein Abseits. Safe war kein Abseits. Gucken. In der Zeit des Spiels ist der einen Schritt nach hinten gegangen. Alter. Was hast du? Schießen. Das ist scheiße, Alter, wenn du mit sowas wie Emba... Alter, ob EmbaP unbremsbar ist, Alter. Selbst wenn so jemand wie Ta in den reinrennt, juckt den halt gar nicht. Dumm aufhören. Und deine... Ach ja, du hast ja Mondi und so ein Quatsch, Alter. Da hab ich ja richtig Bock drauf, irgendwie zu zocken. Auch bei Co-Obs, das ist auch alle Spielen in Frankreich, ehrlich. Aber wegen EmbaP, Alter. Das Problem ist, du hast halt jetzt komplett... Ja, den hast du halt komplett gehört, Alter. Das ist halt... Ach, scheiße. Das ist auch nochmal was, was man nicht... Äh... Ich glaube, ich täusche dann gleich einfach mal an. Ta ist eigentlich echt ein Monster. Aber ich weiß nicht, warum meine Abwehr so breit fäschig steht. Alter, guck mal, Gnabry kackt einfach komplett im Laufe, Alter. Warte mal, mein Magen... Ich hab bewegt. Alter. Ich hab bewegt, Alter. Aber den hätte ich nicht gehabt, ne? Was machen wir denn? Zählen die Toro da oben, das Ergebnis? Das Ergebnis 10. Alter, ich drücke R1-4, dann mach's doch bitte auch. Da ist doch einer komplett frei. Ja, schön. Ich mach's erst... Ja! Alter, ich hab Torwart in die Ecke bewegt. Er war in der Ecke und macht nichts, Alter. Guck mal, bitte. Ja, okay, wir drücken halt weiter. Hm. Wie sah aus wie Badraff, ja. Scheiße. Ja, gut. Dribblingbewusst, nein, ich erfinde. Das ist echt geil. Ja, gut, dass ich sowas wie Dribbling gar nicht benutze. Alter, ich seh schon wieder, das ist eher so ein Modi für dich, ne? Warum sag ich denn sowas? Weil ich wusste, ihr gefallen wie... Scheiße. Bruh. Ich bin ja auch abseits gewesen, glaube ich. Ich kann so nicht... Ich merke schon so... Boah, wer war... Boah, wer war... MAP. MAP, Alter. Ach, das ist dumm. Den muss ich eigentlich kurz spielen bei Passspiel-Plus-2. Boah, Alter. Ich muss ich mal versuchen, wenn der da so freisteht und Passspiel hoch ist. Ach, kriegst du mal an, Alter. Du Penner, hör doch mal auf, Alter. Scheiße. Boah, das wär so... Boah, was? Und verdient, das war schon schön rausgespielt, oder? Aber da macht ja EA Auge, gleich gibt's einen Abprall. Alter, ich hab hochgedrückt. Alter, da hörst du meinen Magen die ganze Zeit. Ja, Mann. Ich achte gar nicht auf, was für einen Boni wir haben, Alter. Paavar, Alter. Warum spielt Paavar bei dir Stürme? Ich weiß nicht, der ist mein rechter Verteidiger. Yo. Ich weiß nicht, warum Therese Ding den Winkel da so kurz macht, Alter. Was hab ich? Ja, besser dann nicht schreiben, was ich habe. Passspiel-Plus-2, okay. Alter. Ich kassier voll, Alter. Ja, tschau. Nein, 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 ja. Ja, du Penner, du hörst halt genau, du weißt. Lucky, Alter, Lucky. Du wichst halt 10-2. Ja, klar, aber... So willst du spielen, du willst du spielen, okay. Ja, aber guck mal, der erste war wieder verdient. Der zweite wäre wieder einfach lächerlich gewesen, Alter, oder? Ja. Alter, ich weiß jetzt also wie wir spielen. Ja, FIFA-Spiel, das ist doch ganz einfach. Schießen bloß zwei, ja, tschau, Alter. Ups. 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 Ich gehe hier gar nichts. Kloster, Mann. Geh mal die Kirsche hinein ins Kloster, Mann. Ja, wenn wir 2-1 geben, wir können doch nicht 2-1 fahren, dann kriegst du nur eine zu dort. Hör auf zu... Ich biete dir doppelt oder nichts an, je nachdem, wie es ausgeht. Ja, das Gnabri, so macht der den, oder? Ich musste riskieren, wa? Ah, fein. Alter, warte. Das war ein wahnsinnig riskanter Ball. Alter, aber das ist Varan, das? Boah, Alter, der Gnabri auch nie so, Alter. Alter, ja, tschau, Alter. Der hat schon gelb, der hat schon gelb. Ne, gut, der war schlecht geschossen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Zeit schneiden. Alter, das tut mir leid. Der tut mir leid, wa? Also, meiner war richtig schlecht geschossen und dann ist es einfach FIFA. War das ein Dribbling? Hör mal auf, passt ich viel. Es kommen nachher auch noch so Flachsereien wie Maidrei oder so. Nils, das kann richtig böse enden für uns. Man muss einfach von jedem wenig machen, aber dafür richtig primär ist es okay. Ja, halt so, dass man es mitkriegt, wa? N' Dipp, n' Dipp. Schön in die falsche Ecke gestehen. Ja! Oh! So fein, Alter. Ich hab das gesehen mit deinem Tor, wie du in die falsche Ecke hast. Ja, ich wusste, was soll ich machen, wenn ich den da stehen lasse. Ja. Aber sei es falsch, ich muss da tippen. Aber dann hast du es gut gemacht. Schießt mal eine Dribbling. Ja, toll. Ich kann nicht dribbeln, dann kannst du mir auch Dribbling mal 7 geben. Vor allem hat Klostermann schon gelb. Das ist natürlich super gut für einen Innenverteidiger gegen Frankreich, Alter. Jetzt muss mein Ziel sein, dass das 10-9 ausgeht. Dann ist das auch cool für mich, wa? Mhm. Machen wir, wir ziehen nacheinander und die Sachen, die der eine hatte, kann der andere dann trotzdem auch haben. Ich hab schießen, bloß... Schieß mir bitte jetzt nicht nur so ein Ding rein, jetzt. Mach nicht auf einen Dreißiger. Boah, scheiße. Pfeif mal ab, Schiri. Warum ist ein Neu am Tor? Ja, Entschuldigung, zählt nicht aufs Spiel. Pfeif mal ab, ja, Schiri. Nein, das ist mein... 3. Das wäre mein 3 gewesen, Alter. Scheiße, Alter. Ja, du bist stärker. Ja. Das ist halt Glück mehr, oder weniger, meinst du? Ja, bei dem Modi ist es halt ein bisschen random, was man da dann gerade kriegt, ne? Scheiße. Alter, guck mal bitte. Aber wie frech ist das, dass Mbappé anscheinend Körperstärke 17 Jahren hat, Alter? Mhm. Boah. Penner. Gerade noch nicht groß vorgestellt. Boah. Boah. Der wäre aber hinten wieder rausgekommen. Herstand sich 4-4. Alter. Das ist so... Hey, das ist behindert. Warum läuft Reus da nicht vorher weiter? Wer war das? Der war ja richtig scheiße. Aus wie Kimmich. Das war zumindest mal halbwegs ein Kopf. Diesen Spiel ist das schon echt was wert. Dir nutzt halt Dribbling echt was. Bei mir ist das halt echt verschenkte Punkte. Ah. Dribbling ist halt... Nein, nicht Dribbling. Ich kann ein bisschen am Stick drehen. Das Einzige, weil ich kann es... La Croquetta. Da ist ein Monster, Alter. Das war nämlich. Nein, nein, nein. Nicht... Du, Wick... Was macht ein Neuer da? Wie lange ein Neuer da stehen bleibt? Hast du das gesehen? Ja, aber es ist bei Swetern so. Swetern gehen irgendwie gefürzt. Ja, aber da muss der Torhüter einfach besser stehen, Alter. Alter, du bist damit krank mit 7 Sachen oder so. Mach mal an, Alter, macht voll Stress. Hm. Ah, schön. Jetzt sollst du schießen mal zwei, Alter. Vor allem gleich kommen dir alles mal drei... Alles boost. Wer dann schießt, hat dann das Ding eh... Was heißt, gewonnen. Gewinner gibt es ja nicht wirklich bei der Challenge. Aber das sind doch dann viel zu viele Zutaten, oder? Ist doch scheißegal. Nee, ich meine, hast du überhaupt zu viele? Wie gesagt, wir tun die wieder rein. Du ziehst. Wir mischen die jetzt zusammen. Hä? Ich war doch im Ball bis jetzt. Alter, ich... Ich dachte, war ich safe schon, dass ich den Ball besitzt war. Ich dachte, es hätte ich auf den Ball. Ja, moin. Scheiße, die Leute sehen gar nicht, was boost ist. Ich müsste damit leben, Jungs. Guckt auf die Farbe. Hashtag Matthias. Was ist grau? Pass, spüren wir uns. Das ist eine Sache, die man nie braucht. Ich weiß, wenn du das passt. Den können wir ja auch mal machen, ne? Das ist halt frech, was meiner da macht. Frag ich mich halt, ob der eine Geist... Geische krieg! Warum muss man den so darüber mixen? Ja, Reus, hast du 20 Minuten gespielt, hast du gerne raus, oder mehr? Reus ist bei mir so eine krasse Karte. Ich fand den richtig schlecht bei dir. Also, keine Ahnung, wer hat der zu meinen Spiels, die noch nichts gepasst? Guck mal, wie unfair. Das macht mich traurig, Soto. Glück vom Skala. Alter, jetzt hab ich elf Zutaten. Ich werd safe kotzen, da sind richtig fiese Sachen dabei, Alter. Alles bei drei. Oh, oh. Ich geb dir den Tipp, von dir jetzt nicht den Bacher. Oh, oh. Oh, 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 oh. Da kann ich mir einfach direkt alles da rein tun. Mit dem ganzen Schrank. Ja, soll man nicht machen? Ich bin keine Regeln. Nee, wir nehmen das jetzt, Alter. Ja, okay. Ich muss dir jetzt nur einen drücken, dann ist cool, dann hast du auch neun Sachen oder so. Du musst einfach nur die Passwege zustellen. Guck. Das ist so assi, wenn man so spielt. Ey. Das war kein Foul, Alter. Ich muss dir nur ein oder zwei drücken, sonst hab ich ein Problem. Also cool, wenn du gewinnst, hast du die auch verdient, ganz klar. Ich mein, zwei Fehler, die ich mache, dann bin ich selber schuld. Allein schon, weil ich nicht so glimpfig davon komm. Boah. Ho. Ey, wenn jetzt mal drei Boots kommt. Hast du jetzt überhaupt einen Boots? Das weiß ich nicht, ich hab noch nie ihn, ey. Also nicht viel. Alles mal drei. Du kannst das doch weg, Mann. Da stand doch ein Pfeil nach oben oder so. Aber ohne warst du das safe nicht. Wenn du nach oben gedrückt hättest, ist es weg. Oh, Alter. Nein. Du weißt, dass ich das gesehen hab, oder? Ja, ich weiß. Ich hab das halt mit Reus. Dann schieß ich jetzt so krass, dass ich dann nicht dran kann, selbst wenn ich sie. Ja. Das kann ich mit Reus. Glaub mir, 10, 11 Meter, alle mit Reus sind drin. Komm, ich hätt auch einfach normal schießen, das wäre langweilig. Boah. Das macht mich gerade echt traurig, Alter. Ich verstehe das nicht, Alter. Vielleicht kommt wieder alle. Guck mal, meine bewegen sich wie Bots, Alter. Hab ich gesehen, sind das hier. Ach, leck mich doch, Alter. So ein Ding kann man auch mal machen, Harvards. Lass mal einen rein fürs Video. Ich wollte nicht rüberpassen. Wollt ihr schon, aber... Ja, ich bin ganz schön, so losgegen dich, aber... Wir hätten keine Regeln stehen. Ja, juhu. Pätsch ist Pätsch, ne? Ich habe aber gerade keine Idee, es tut mir leid. Aber die deutsche Mannschaft ist doch einfach scheiße. Ich leck mich doch am Arsch, Alter, ehrlich. Das kann auch einfach mal ein Ball ankommen, dann. Und wenn man dieses Spiel gerade dann so ein Endlich-Auge auf mich macht, verstehe ich dann nicht. Ja, da hörst du halt genau, wenn du drücken willst, oder so. Alter, wie viel Körperstärke hat denn Mbappé, bitte? Ich weiß auch nicht, das ist echt... Alter, guck mal, selbst ein TAR oder so hält den halt komplett nicht auf. Ja, was soll ich denn da machen? Ja, weißt du, gewonnen, kriege ich 17 Zutaten. Ich habe nur 10 Euro geschrieben oder so. Keine Ahnung. So, wir gucken, wie viele Tore wir haben. Dann machen wir das. Das kannst du... Ja, Alter, dann hast du zwei... Aber guck mal, frech, Alter. Ja, vier gegen zwei, vier, sechs, acht, neun. Ja, das kannst du doch hier sehen. Ach, stimmt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Vier gegen neun. Du steht ja da rechts. Das ist cool für mich. Ja, vier gegen neun. Lasst ein Like und ein Abo da. Vielen Dank für euren Support. Bestrafung kommt in den nächsten Videos. Es wird eklig, Leute. Es wird bestimmt gekotzt. Hau da raus. Hau da raus. Ich bleib dabei, FIFA ist ein Scheiß. Ich bin hier, es hat mich geschlachtet. Muss man noch mal zugeben, wenn man verkackt hat. Und hau da raus. Hau da raus.